Hallo, mein Name ist Lilia, ich bin 18 Jahre alt und spiele Bratsche und Klavier. Das jährliche Benefizkonzert des AJO zugunsten des Kinderschutzbundes Landau muss dieses Jahr coronabedingt nun leider entfallen. Stattdessen gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion. Mein Video steht unter dem Motto Zuhören, da es bei dem Mix von verschiedenen Komponisten und unterschiedlichen Stücken sehr wichtig ist, genau hinzuhören, um alle Details mitzubekommen. Das genaue Hin- und Zuhören ist in der Kinderschutzhilfe noch umso wichtiger, um den Kindern und Jugendlichen helfen zu können. Damit dies in Zukunft für die betroffenen Familien weiterhin kostenlos ermöglicht werden kann, ist Ihre Hilfe umso wichtiger. Bitte unterstützen Sie, spenden Sie, jeder noch so kleine Betrag ist hilfreich. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Untertitelung des 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 Zuhören.